Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight Plague of Shadows. Im letzten Part haben wir das Level von King Knight abgeschlossen, waren dann im Dorf unterwegs und haben uns dort weitere Abgräts geholt, haben dann noch beim Apfelstein vorbeigeschaut und auch bei diesem Bonus-Level hier. Also einiges haben wir im letzten Mal gemacht und heute ist das Weitere mit dem nächsten Haupt-Level, nämlich dem Level von Specter Knight, der Lichthof, und da legen wir am besten auch gleich mal los. Für die Wissenschaft! Yeah, sehr schön. So, unsere aktuellen Upgrades sind ja dann doch jetzt schon etwas komplizierter. Wir haben nämlich einmal diese coolen Bomben hier, die eine Zielsuchfunktion haben, sobald irgendwas in die Nähe kommt, zum Beispiel auch ich selber. Und wir haben auch die tolle Fähigkeit, dass wir nicht mehrere Bomben miteinander kombiniere, wie wir jetzt gerade sehen konnten, dass dann so eine riesige Explosion da entsteht. Bam! Und als meine Auflade-Explosion-Attacke kann ich auch so einen Schuss nach vorne machen. Also ziemlich kompliziert ist alles. Und wir könnten das ja jetzt dann auch noch kombinieren mit wiederum anderen Bomben. Das würde ja funktionieren. Wenn ich jetzt das zum Beispiel kombiniere mit der Bogenhülse, dann kann ich das alles erreichen, indem ich die immer in einem hohen Bogen nach oben werfe. Also man hat hier auch wirklich mega viele Kombinationsmöglichkeiten, was das Ganze dann auch echt schön macht. Aber ich werde jetzt mal trotzdem bei der normalen Bomben bleiben, weil ich die besser finde. Lassen wir mal so. Okay. Dann losgehen wir jetzt mit dem Level von Specter Knight. Was ist denn jetzt mit diesen Dingern hier eigentlich? Die... Ah, die mache ich einfach kaputt. Okay. Bei Shabbat Knight war das ja so, dass sie ja nach oben kamen und man die dann als Bouncemöglichkeit benutzen konnte. Aber Specter Knight kann eh auch alleine... Äh, nicht Specter Knight, sondern Plague. Dann kann eh auch alleine einfach hoch genug springen. Für den ist gar kein Problem. Deswegen, das passt schon. Der Frosch springt seinen Tod. Das kann er gerne machen. Und der nächste gleich hinterher. Okay, aber da komme ich jetzt nicht hoch sogar. Da muss ich sogar... Ah, doch, gerade so. Aber es ist, glaube ich, gedacht, dass ich von der rechten Plattform da abspringe. Aber ist egal. Hat auch so gepasst. Dann werde ich mal den Fisch nach unten jagen. Okay. Und dann weiterer Trang. Ich werde mal dann wieder von denen ein paar benutzen. Mal zwei Stück. Und immer wieder hier haben wir einen neuen mit. Okay. Sehr gut. So. Wechseln wir wieder zu dem... Zu diesem coolen Ding. Das ist ja auch ziemlich cool. Bam. Doch dieses Relikt hier. Auch weil... Ich meine, die heißen eigentlich nicht mehr Relikte. Die heißen ja eigentlich Arkana. Oder irgendwie so. Aber ich weiß gar nicht, was der Plural von Arkana dann sein soll. Arkana's. Arkana... Was weiß ich? Keine Ahnung. Ich sage einfach Relikte. Das ist einfacher. Aber wenn es eigentlich nicht die richtige Bezeichnung ist, das passt schon. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Hoffe ich zumindest. So, die Geister kann ich offenbar immer noch nicht besiegen. Mir scheint. Auch Plague Knight kann das nicht. Nein. Okay. Wir sind auch unbesiegbar. Aber die Gräber von denen kann ich auch wieder zerstören. Okay. Ich werde das Gold da oben haben. Da komme ich aber nicht wirklich hin, ehrlich gesagt. Ja, ich lasse es jetzt mal. Das ist mir gerade zu kompliziert, da hinzukommen, ehrlich gesagt. Ich sage, boah, es explodieren einfach alles, ne? Das ist so witzig. Das ist genauso auch wie beim Bosskampf gegen... Machen wir mal kaputt, bitte? Hallo? Ich will es kaputt machen. Danke. Genauso wie auch schon beim Bosskampf gegen... Ja, no shit. Wie auch schon beim Bosskampf gegen Plague Knight, als wir mit Charbonite gespielt haben. Weil gegen ihn ist auch einfach der ganze Bildschirm überall explodiert. Und genauso spielt es sich jetzt mittlerweile auch hier mit Plague Knight, was ich echt witzig finde. Das ist echt cool. Weil überall explodiert einfach alles. Das ist mega witzig. Macht aber auch total viel Spaß, mit ihm zu spielen. Und ist echt ziemlich cool. Okay. Ja, Hilfe. Ich frage mich übrigens, was eigentlich dann in dem Level von Plague Knight selbst zu alles abgehen wird. Spielen wir das dann überhaupt? Und wer wird dort der Boss sein? Hm. Ist das dann vielleicht ein anderer gut bekannter Gegner, gegen den wir beim ersten Abenteuer nicht kämpfen mussten, weil wir ihn selber gespielt haben? Wer weiß das schon. Wenn wir dann schon noch sehen, bin ich ja schon gespannt. So, hier ist ein Gegner. Ja, stopp bitte. Bisher ist aber der Levelaufbau wirklich noch sehr, sehr ähnlich von diesem Level hier von Specter Knight wie auch schon damals mit Chubble Knight. Der Unterschied ist halt, dass ich eben diese Bäume da kaputt machen kann, die ich ansonsten nicht halt immer als Plattform neben benutzen konnte. Das war es aber eigentlich auch schon so ungefähr. Ansonsten ist es auf jeden Fall sehr ähnlich. Ich glaube, die Gegner sind auch ein bisschen anders platziert worden. Aber ansonsten sehr ähnlich. Aber es werden dann bestimmt auch hier wieder irgendwelche neuen Bonusräume hinzugefügt worden sein. Oder zumindest ein neuer Bonusraum, wie auch schon im Level von King Knight dann. So, und auch jetzt gegen den fetten hier. Einfach schön mit Ballern. Aber es explodiert einfach alles. Das ist so cool. Bam, bam, bam. Und schon ist er besiegt. Hat mir gar nicht wirklich viel Schaden machen können. Schön. So. Und da rechts kann ich aber rein. Das ist sie schon. So. Das ist, glaube ich, neu. Das ist neu. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist wieder ein neuer Bonus. Okay. Ich würde jetzt mal vermuten, dass tatsächlich die ganzen Level auch ähnlich ablaufen. Dass wir jetzt nämlich hier... Na shit, das ist ja ein bisschen eng irgendwie. Lass mal alles bitte explodieren, Plague Knight, wieder mal. Wie du das so schön kannst, genau. Ich würde mal vermuten, dass wir jetzt dann hier gleich wieder ein Relikt bekommen werden, das aber Plague Knight gar nicht benutzen kann. Und dieses kann ich dann wiederum benutzen, um eben bei Christian mir dann etwas zu kaufen, ohne dafür auch nur einen einzigen Cent ausgeben zu müssen, weil ich dann nämlich mit ihm halt tausche oder halt einen Handel dann eben mache. Ich würde mal vermuten, dass es vielleicht wieder so funktioniert. Das könnte ich mir vorstellen, dass in jedem Level eben ein neuer Bonusraum irgendwo hinzugefügt oder halt ein paar neue Bonusräume hinzugefügt wurden. Und am Ende von denen findet man dann eben, genau, findet man dann eben ein Relikt, das Plague Knight selbst nicht benutzen kann, das er halt nur für den Tauschstamm benutzen kann, für Christian, der hier irgendwo in dem Level noch ist. Ich würde mal vermuten, dass es vielleicht wirklich so ist. Das würdest du machen. So. Okay. Auch wieder schön, alles explodiert. Ja, das ist auf jeden Fall schon ganz cool, die Fähigkeiten, die wir jetzt gerade haben, wie ich finde, weil ich halt sowohl ZISU habe, aber auch ständig Explosionen überall. Das ist schon echt ziemlich toll. Genau, und hier ist das Ausblender Medaillon. Richtig? Ein Relikt, das leider Plague Knight nicht benutzen kann. Das ist nämlich auch ziemlich cool, das Ausblender Medaillon, finde ich. Ähm, aber können wir dann eben wahrscheinlich wieder bei Christian tauschen. Oh Gott, okay. Boah, ich muss mich immer noch so daran gewöhnen, an diesen blöden Schwung, den Plague Knight da aufnimmt, wenn ihr diese Explosionsattacke benutzt. Da muss man sich echt mega dran gewöhnen erst, weil das ist total ungewohnt, dass er hier so schnell durch die Gegend dann jumpen kann, weil er nämlich ansonsten, wenn er einfach nur rumsteht, echt super lahm eigentlich ist. Ähm, okay, das muss ich so machen. Alles klar, jetzt versinken die und ich komme wieder hier nach oben. Okay. So, jetzt aber knapp, ich wäre da jetzt fast der Quetsch worden. Ah, das passt ja alles. So, zack, okay. Und, äh, da ist wieder so eine komische Waschmaschine oder sowas. Und das ist auch eine weitere Münze, die ich natürlich haben will. Ah, ich hab den gar nicht gesehen, ja. Okay, passt aber. Wir sollen die Waschmaschine mit Dächtern wieder nach oben kommen. Und hier ist wieder so ein fetter. So, stirber bitte. Wieder schön alles explodieren lassen hier. Nochmal. Bam. Er lebt aber noch. Was fällt dir eigentlich ein und stirbt? Okay. Also, mit Plague Knight ist es auch wirklich eine gute Taktik, einfach in die Gegnermassen rein zu rennen und einfach alles explodieren zu lassen. Wirklich taktisch spielen. Muss man mit ihm eigentlich gar nicht. Man kann einfach überall reinrennen. Einfach alles explodieren lassen, zumindest jetzt mit meinem aktuellen Set an Waffen. Und kann dann einfach damit ziemlich abgehen. Da wirklich überlegen muss man da gar nicht viel. Einfach reinrennen in die Gegner und dann klappt eigentlich alles tatsächlich ganz gut. Das ist ja ziemlich witzig. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt dann gleich wird eben irgendwo Kistian kommen. Ich weiß gar nicht genau, ob Kistian vielleicht sogar immer an denselben Stellen zu finden ist, wie auch schon in Shubble Knight selbst. Das kann sogar sein. Muss ich dann mal hier an dem Level aufpassen. Ob ich mir das gemerkt habe damals noch von Shubble Knight und dann, ob ich das vergleichen kann. Ob der wirklich immer an denselben Orten zu finden ist, wie auch schon damals in Shubble Knight. Das wäre ganz nützlich zu wissen. Weil es dann immer halt nämlich hieße, dass man irgendwo davor schon halt einen Bonusraum finden kann. Mit dann eben einem Relikt, das man dann eben kostenlos eintauschen kann gegen eine neue Fähigkeit. Das wäre ich ganz nützlich zu wissen und auch ganz cool, auf jeden Fall, wenn dem so wäre. So. Da ist aber nichts mehr hier. Ansonsten okay. Sollen wir darüber? Hui. Aber ist schon cool, wie er hier abgehen kann und wirklich ganz, ganz schön. Oh Gott. Und eben ganz, ganz schnell wirklich hier überall hindurchkommen. Kann das schon nicht ziemlich toll. So, wieder alles explodieren lassen. Wie eigentlich immer. Ja, es macht schon Spaß auf jeden Fall. So, der stimmt auch. Gut. Da unten will ich aber erstmal hin, weil da ist nämlich Bonus stuff. Da war ja auch keine Schlucht oder so, ne? War hier eine Schlucht irgendwo? Ist das eine Schlucht? Ne, ne? Ne, ist keine. Ist da noch ein Bonusraum irgendwie? Der Geist stirbt mich jetzt irgendwie ziemlich. Kannst du mal bitte jetzt nicht verpissen? Kann ich das noch irgendwie aufspringen da? Ne, ist nichts mehr. Okay, passt. Aber ich muss hier aufpassen, weil es gab ja in diesem Abschnitt hier schon auch Schluchten. Und das ist natürlich nicht so toll. Da nämlich vorne, genau. Weil die Schluchten gar nicht erst so wirklich erkennen kann. Da ist schon auf jeden Fall große Vorsicht geboten. Das ist wohl wahr. Deswegen muss ich hier wirklich sehr, 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 sehr aufpassen. Vor allem mit der Explosionsattacke muss ich jetzt aufpassen, weil ich dann eben so viel Beschleunigung drauf bekomme, dass ich dann gar nichts mehr kontrollieren kann. Und wenn ich dann nicht mal erkennen kann, wo überhaupt Schluchten sind und wo nicht, dann ist das schon etwas böse. Da muss man schon dann sehr aufpassen eben. So, aber wieder fliegt alles in die Luft. Wunderschön. War hier unten vielleicht, Christian? Das kann sein. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ne, offenbar nicht. Das war auch nur so ein Bonusraum. Genau, und da will ich aber wieder kurz einen Fisch reinjagen. So. Okay, warte mal. Dann will ich mal kurz wieder ein bisschen was einsetzen. Und wieder zwei Stück. Okay. So, da will ich jetzt rüber. Was gar nicht mehr einfach wird, übrigens. Ich meine, Shovel Knight konnte es eben schaffen, indem man auch den Dingern hier herumbounce. Aber ich muss das anders schaffen. Höh, okay. Aber ist ja kein Problem. Denn das ist wirklich eine ziemlich coole Taktik, wenn man eben einmal springt, dann die Explosion einsetzt und dann eben nochmal seinen Double Jump einsetzt. Das ist ziemlich cool, weil dann eben er bei seinem Double Jump die Geschwindigkeit von der Explosionsattacke beibehalten kann. Und dann kommt damit Plague Knight wirklich sehr, sehr weit. Das ist echt ziemlich toll. Wenn ich zuerst den Double Jump mache und danach die Explosionsattacke, dann bringt mir das nicht so viel, weil ich nämlich dann bei meinem Double Jump nicht die Geschwindigkeit von der Explosionsattacke habe. Na, können wir folgen? Ich hoffe schon. Und deswegen kann er damit wirklich ziemlich schnell abgehen und überall hinkommen. Das ist echt ganz toll. So. Und hier ist sogar noch mehr von dem Zeug. Okay. Ich mache es nochmal auf das Maximum einfach, würde ich sagen. Ja nochmal. Okay, das ist ja das Maximum, weil mehr als 10 Leben insgesamt geht er nicht, wie wir schon wissen. Deswegen ist das eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Dann darüber. Genau so meine ich es nämlich. Erst springen, dann Explosionsattacke und dann Double Jump. Das ist echt cool. Jetzt muss ich aber sehr aufpassen. Hier ist es nämlich fies. Dieser Raum hier. Oh Gott ey. Der ist sogar richtig. Ach du Scheiße. Der ist richtig fies. Warum bin ich denn eigentlich? Warum habe ich eigentlich den Geist gerade eben nicht getroffen? Keine Ahnung. Okay. Nach oben. Okay, wir haben sie hier. Jetzt ist noch irgendwie weg hier. Okay. Boah, der Raum war jetzt aber sehr schwer, finde ich. Der war richtig, richtig schwierig. Ach du Scheiße. Okay, aber wir haben es ja irgendwie geschafft. Aber da würde ich nie mehr wieder hin in diesen Raum, weil der war fies. Aber es wird leider noch einige weitere Räume geben, wo es auch noch dunkel wird, wo ich dann aufpassen muss. Komm mal her. Ähm. Oh weia. Nein. Ach du blöder Arsch. Ei, 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 ei. Ja, ist schon nicht einfach auf jeden Fall. Ist schon nicht einfach. Denn ich meine, Plague Map bewegt sich, wie gesagt, schon sehr, sehr cool durch die Gegend. Aber es ist schon auch etwas schwieriger, ihn zu kontrollieren, finde ich. Muss ich schon sagen. Ähm. Das wurde ja alles wieder mal gespeichert, ne? Auch das da unten. Genau, okay. Das ist ja das Schöne. Obwohl man einen Checkpoint aktiviert hat, der vielleicht auch etwas weiter zurückliegt, ist es trotzdem so, dass alle Schätze, die man danach eingesammelt hat, gespeichert bleiben. Das ist echt ganz schön, auf jeden Fall. So. Ähm. Und die Münze habe ich ja sogar auch eingesammelt, deswegen die ist sogar auch gespeichert geblieben. Aber ich will meine Münze hier trotzdem wieder haben, weil ich da sehr, sehr gierig bin. Okay. So. Jetzt lass mich bitte in Ruhe und stirb. Okay, danke. Puh. Ist er dann rüber hier. Ist aber schon echt nicht einfach. Kann ich eigentlich irgendwie nachsehen, wie viele Münzen ich schon in dem Level gesammelt habe? Ähm. Rechts hier auf dem... Warte mal. Aktuell steht 21 auf meinem Gamepad. Ja, das kann ich auch hier bei Ausrüstung sehen. Genau. Kann man auch hier sehen. Aktuell 21. Okay. Dann könnte es das vielleicht bedeuten. Weil ich meine, wir haben ja aktuell... Links unten steht ja nicht 22 jetzt, sondern mehr. Und dementsprechend... Wahrscheinlich bedeutet dieses aktuell, wie viel ich gerade in dem Level habe. Das würde Sinn machen. Und... Ah, ich sehe gerade übrigens, weil ich gestorben bin, habe ich auch wieder meine Extra-Punkte verloren. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Weil habe ich extra gerade eben so viele hergegeben von denen. Und jetzt bringen wir die gar nichts mehr. Das ist natürlich dann doof. Naja. Hier kommt auch gleich wieder ein Gegner. Ja, schon nicht einfach. Okay. Aber ich habe ihn schnell besiegen können. Das ist ganz gut. Und da ist eine weitere Münze, die ich meinen eigenen nennen will. Okay, sehr gut. Und... Also, Arc-Fly-Wünzen fehlen dann auch schon in dem Level gar nicht mehr. Wir sind ja auch schon dann doch jetzt etwas eher am Ende, würde ich sagen. Also, wir werden das Level auf jeden Fall in dem Part schaffen. Dass wir mal für ein ganzes Level zwei komplette Parts brauchen, dürfte eigentlich fast nicht vorkommen. Das kam, glaube ich, bei Shovel Knight auch kein einziges Mal vor. Oder dass ich zwei komplette Parts... Oder halt zwei Parts für ein Level gebraucht habe. Das kann nicht sein, dass wir halt in einem Part ein Level betreten haben. Und erst im nächsten abschließen konnten. Das schon, ja. Aber dass wir halt am Anfang eines Parts schon reingegangen sind und dann den kompletten Part gebraucht haben und dann trotzdem nicht das Level abschließen konnten, kam, glaube ich, nie vor, ne? Ich denke mal, auch hier nicht. Wir dürfen schon immer pro Part mindestens ein Level schaffen plus noch irgendeinen anderen Borustuff oder so. Ist hier unten, nein, ne? Wenn ich den ganz nach unten bewege. Ne, okay. So, ich muss ja den wieder nach links bringen. Den Kollegen da. Genau. Für die andere... Wo ist er? Äh, hier. Ist aber irgendwie schwierig, den zu bewegen, okay? Für die andere Plattform, wo ich den dann gleich brauche. Okay. Sehr schön. Und dann mit dir nach unten. So. Der Frosch ist auch schon besiegt. Wieso ist er besiegt? Hab ich den grad schon irgendwie... Wahrscheinlich hab ich den grad schon durch irgendeine Explosion besiegt oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht. Aber sollen wir recht sein? Ja, hier landet genau. Hier landet man in der Grube von denen. Hier ist er auch gleich geblieben. Das ist ziemlich fies auf jeden Fall. Da kann man ja wirklich kaum ausweichen. So, genau. Und Shuffle Knight hat es nämlich sehr viel schwieriger gehabt, weil er kann nämlich hier nach links zu diesem Bonus nur hin, indem er von einem Gegner weggejumpt ist, ne? Aber Blake Knight kommt da ganz einfach so hin. Das ist ziemlich cool. Und hier war nämlich Kist. Ja, ich erinnere mich grad. Wichtig. Und der ist auch hier am selben Ort. Okay. Und wir durften jetzt dann gleich gratis wieder ein neues Upgrade bekommen. Stimmt das? So, er sagt dasselbe. Ja. Ich möchte tauschen. Genau. Für Lau kriegen wir das. Du füllst deine Energie auf, indem du Gegner angreifst. Wow, das ist ja mega episch. Das will ich unbedingt haben. Yay. Okay, Vampir. Du füllst deine Energie auf, indem du Gegner angreifst. Ja. Das ist ja schön. Aber wie funktioniert das jetzt? Hält das dann für eine bestimmte Zeit lang an? Wir testen das gleich mal aus. Okay. Und ich kann mich heilen, ja. Das ist ja cool. Das hält einfach eine bestimmte Zeit lang an. Und zwar bis die Leistung gleich nämlich wieder gefüllt ist. Dann hört es wieder auf. Das ist ja voll cool. Okay. Jetzt habe ich eine super einfache Möglichkeit gefunden, um mich zu heilen. Das ist ja mega episch. Ah. Ja, also hier die Relikte oder die Arcana, wie auch immer, die Plague Knight hier einsetzen kann, sind echt mega cool. Also damit kann er wirklich sehr, sehr abgehen. Muss ich ja wirklich mal zugeben. Okay. Ich muss nämlich schon sagen, dass ich die ersten paar Relikte, die wir damals bei Shovel Knight bekommen haben, gar nicht mal so mega episch fand. Den ersten und auch eigentlich einzigen so richtig mega epischen war eigentlich dann dieser komische Stoß durch da, mit dem man dann eben, ja, mit dem dann eben, ja, eben Shovel Knight dann auch in der Luft etwas beweglicher wurde. Aber jetzt die ersten paar, die wir jetzt hier schon von Plague Knight bekommen haben, das finde ich auch super cool, dieses Ding hier. Aber vor allem auch diesen Vampir jetzt, dass wir uns jederzeit heilen können, ist ja mega episch. Also das gefällt mir echt voll. Und wieder mal ist ein blöder Geist im Weg. Vielleicht schnell darüber. Ja, okay, sehr knapp, aber es passt. Und mehr Schätze und auch eine Musiknote. Okay. Ist eigentlich die erste, die wir gefunden haben? Nein, Quatsch, das ist schon, die zweite passt schon genau. Die erste war ja in diesem einen mega schwierigen Raum, der auch wieder dunkel war und wo ich ganz leicht da hätte nach unten fallen können von dem einen Geist. Was auch fast ein Wunder ist, dass ich da nicht nach unten gefallen bin überhaupt. Aber ich will mich nicht beschweren. Aber es explodiert einfach so viel, es macht so viel Spaß, ja einfach alles zur Explosion zu bringen. Eine Plague Knight, das ist echt super cool. So, du auch, sehr schön. Okay. Ich brauche wieder kurz den Bombenfisch, weil der ist nämlich wieder was, sehe ich schon. Und zwar ein Goldfisch, okay. Das sind ja Gold, nehme ich gerne an. Sehr schön. Heißt das eigentlich, dass ich den Vampir, ähm, kann ich den auch gegen Bosse benutzen? Ja, ich glaube nicht wirklich, ne? Weil ich glaube, ich kann mich ja, wie ist denn die genaue Beschreibung eigentlich? Ähm, wo ist das nochmal jetzt? Äh, bei, hier ist das genau. Bei Vampir. Du füllst deine Energie auf, indem du Gegner, ach ne, angreifst. Nicht besiegst, sondern angreifst. Okay. Kann ich mich bei Bossen wirklich auch heilen? Das muss ich dann bei Specter Knight mal austesten, ne? Das wäre ein bisschen OP, finde ich, wenn man einfach nur geheilt wird, sobald man, ähm, einen Gegner angreift und erwischt. Ähm, weil ich meine, ich dachte, es würde so funktionieren, dass ich mich nur dann heilen kann, wenn ich einen Gegner auch besiege. Aber da stand ja jetzt, angreifend, das ist ein Unterschied, ne? Das wäre aber, das wäre schon ein bisschen sehr, sehr mächtig, finde ich, ne? Müssen wir mal gucken, wie es dann genau funktioniert. Aber wenn es wirklich so ist, dass ich mich heilen kann, indem ich einfach nur angreife, dann ist es ja völlig broken. Oder? Irgendwie schon. Ja, müssen wir dann gucken. Habe ich jetzt eigentlich da was gepasst in dem Raum? Habe ich ja, ne Münze sogar. Wie habe ich denn das gemacht? Ähm, shit. Kommt auch nicht mehr zurück, ich muss eigentlich fast sterben. Weil ich will nämlich die Münze jetzt schon einsammeln und nicht nochmal neu starten müssen, das Level. Äh, sehr blöd. Ja, ich bringe mich mal um. Ähm, ja stimmt, mir fällt doch gerade ein, wie es geht genau. Im vorherigen Raum nämlich einfach da halt oben rumgehen, richtig. Das haben wir nämlich damals bei Shave Knight auch schon gemacht, aber da war da wirklich, nicht wirklich eine tolle Belohnung. Da waren halt einfach nur ein bisschen Gold an der Stelle. Aber hier ist eine tolle Belohnung an der Stelle, nämlich eine weitere Chiffrin-Münze. Okay. Na gut. Und wir können ja wieder relativ schnell durchrushen durch das Level, ähm, wie gesagt, weil halt die ganzen Schätze zum Glück gespeichert bleiben. So, hier nehme ich nach oben will ich. Und da dürfte ich jetzt hinkommen. Genau, okay. So. Ja, wichtig auf jeden Fall. Dass wir das noch mitnehmen, weil wenn es jetzt einfach nur das Gold gewesen wäre, wäre es mir egal gewesen. Das ist ja nicht viel. Aber die Chiffrin-Münze zählt natürlich dazu zu 100%. Und deswegen will ich die natürlich auch alle mitnehmen. Weil ich meine, ich denke mal, ähm, dass ich auch alle brauche, um dann im Endeffekt auch alle Upgrades zu erhalten. Ich werde dann bestimmt, wenn ich alle gesammelt habe, am Ende nochmal so ein Mega-Ultra-Upgrade erhalten. Und ich will natürlich alle Upgrades auch haben. Und dazu zählen dann natürlich auch, um alle Upgrades erhalten zu können, die Chiffrin-Münzen logischerweise dazu. Und auch die Münze gebe ich natürlich wieder mitnehmen dann gleich. Aber erstmal bringen wir dich wieder mal zur Explosion, Kollege. So. Und schon getötet. Das ging wieder einfach. So, okay. Äh, da links waren wir auch schon drin, ne? Da ist nichts mehr. Genau, okay. So, dann dürfen wir das Level auch schon gleich abgeschlossen haben. Aber dauert doch ziemlich lange. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mit Plague Knight aber etwas langsamer spielen als mit Shovel Knight. Weil eben sein... Ja, ich weiß nicht genau. Also halt, wenn er sich am Boden entlang bewegt, ist er halt ein bisschen langsamer. Er ist in der Luft halt dafür schneller. Ich weiß auch nicht genau. Aber irgendwie kommt es mir vor, als würden wir in den Leveln länger sein als mit Shovel Knight. Obwohl wir die Level ja sogar schon kennen. Also dürfte es... Eigentlich müsste man meinen schneller gehen. Aber irgendwie tut es das nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass er halt nur Fernattacken hat. Mit Shovel Knight konnte ich halt einfach in einen Gegner reinrennen. Und ihn dann dadurch halt schön besiegen. Aber bei Plague Knight muss ich halt wirklich immer meine Fernattacken machen. Und das dauert dann wahrscheinlich dadurch auch ein bisschen länger. Das könnte, glaube ich, ein Grund dafür sein. Dann gehen wir wieder zwei her. Weil das ist wieder ein Links gewesen. Genau. Okay. So, hier jetzt vorsichtig sein. Wie viele haben wir eigentlich mittlerweile jetzt schon mitgenommen? Wie viele Münzen? 28. Zwei kommen noch. Hoffe ich zumindest. Da ist eine. Und hoffentlich danach noch eine weitere. Das wäre schön. Erstmal die Kollegen da töten. Einfach irgendwo hinwerfen. Ich werde schon treffen. Genau, die haben ja auch Zielsuchfunktionen. Das ist ja wirklich wunderbar. So. Und dann hier rüber. So. Ich hoffe, es kommt, wie gesagt, noch eine. Ja, der Geist ist wieder doof, weil der ist wieder sehr, sehr, sehr wehig. Ich warte mal kurz. So. Geh weg. Okay. Und dann gleich da rüber. Wo bin ich? In der Schlucht bin ich. Ja. Wie gesagt, das ist schon fies. Das ist schon sehr fies. Wenn man sich da so schnell voran bewegt. Mit Plague, mit seiner Explosion. Und dann da überall hier schluchten zu. Das ist echt. Das ist super, super fies. Da herauszufinden, wo man eigentlich gerade ist. Und dann irgendwie zu überleben. Das ist echt überhaupt nicht einfach. So. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Hier ist ja überall fester Boden. Und dann vor allem dieser eine Geist, der da auch noch im Weg ist. Das ist schon echt sehr, sehr böse. Aber ich glaube, dass wir hier auch schon wieder sogar eine Münze. Verpasst haben, oder? Im letzten Part haben wir ja auch schon in diesem Bonus Level auch schon eine Münze verpasst. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt hier auch wieder eine verpasst haben sogar. Welche, ich glaube, es kommt keine mehr, oder? Das ist natürlich wieder sehr ärgerlich. Aber warten wir erstmal noch ab. Vielleicht haben wir ja doch alle hier bekommen. Keine Ahnung. Wir warten erstmal noch ab, würde ich sagen. Bam. Ja, ich treffe den irgendwie nicht. Geh mal hier rauf. So. Okay. Ich werde jetzt einfach ein bisschen mehr beeilen. Und da schon schneller nach oben gehen. Lebe ich noch? Ich lebe noch, ja. Das ist aber echt immer schwierig, ey. So. Der Geist ist auch so im Weg, ey. Ich will auch am besten eigentlich alle meine Münze wieder mitnehmen. Aber, okay, da ist es jetzt. Okay, wir haben wenigstens alle Münzen mitgenommen. Ich will den Sack eigentlich haben, weil das ist ziemlich viel Gold. Das will ich eigentlich ganz gerne schon mitnehmen. Okay, passt aber. Und jetzt dann schnell rüber. Da bin ich ja safe. Da ist ja keine Schlucht mehr. Genau, okay. So, alles mitgenommen. Alles geschafft. Perfekt. So, gib mal nochmal zwei so Tränke her. So. Aber ich werde dann auf jeden Fall... Ich kriege auch wieder einen Moin. Sehr schön. Ich werde auf jeden Fall dann gleich auch den Vampir mal gegen Specter Knight austesten. Ich bin sehr gespannt. Also, Schnitter trifft auf Schnitter. Doch wir sind keine Seelenverwandten. Was willst du hier? Denn für eine Ernte einfahren? Du närrischer Eichemist. Hahaha. Wenn du mich nur unter dieser Maske gehen sehen könntest. Oh, spuckiger Geist. Hui. Hihaha. Tja. Eine Maske. Allerdings, wie es sich für einen hohlen, aufgeblasenen Narren geziemt. Du versteckst dich nur vor dir selbst. Hm. Wie tragisch, dass du dich niemals von deiner eigenen Feigheit wirst befreien können. Denn hier findet diese Geschichte ihr Ende. Ich kann übrigens sogar wechseln auf die Bogenhülsen. Die sind nämlich besser gegen ihn. Weil er häufig über mir ist. Und deswegen sollte ich eher nach oben werfen. Machen wir mal. Okay. So, ich denke mal, dass er auch kein Problem darstellen dürfte. Also, ich finde, dass eigentlich schon Plague Knight es gegen Bosse etwas einfacher hat. Weil er halt Fernattacken hat. Und zwar nur Fernattacken. Das macht es eigentlich einfacher. Ich kann einfach hier unten stehen bleiben und auf ihn meine Sachen werfen. Und das macht es schon einfacher. Und er hat ja auch unbegrenzt Relikte, die er einsetzen kann. Quasi. Was es auch immer ein bisschen einfacher macht. Deswegen hat er schon gegen Bosse ziemlich gute Chancen, würde ich mal behaupten. So, bam. Schon mega viel Schaden genommen. Seht nochmal. Ich lasse ihn jetzt mal mit Absicht treffen. Von ihm, weil ich den Vampir austesten will. So, ich lasse ihn sogar mehrmals treffen. So, nochmal. Okay. Und nochmal. Ich mach mal, bis ich nur noch drei Lebenspunkte habe, würde ich sagen. Und dann will ich den Vampir aktivieren und gucken, wie der dann genau wirkt. Ob ich mich dann wirklich auch heilen kann. Ja, oder ob ich... Ich mach mal jetzt schon. Ich will aber erstmal die Zombies hier töten, ne? Weil die eventuell dann halt schon dazu sind, weil die besiege ich ja wirklich auch. Ich will ja testen, ob ich mich heilen kann, wenn ich einfach nur Schaden mache, ohne jemanden zu besiegen. Das ist ja... Das, was... Ja, ist okay. Das, was ich hier austesten will. So, wir machen mal. So, das muss ich aber dann halt auch treffen gleich. Und wir können uns heilen, tatsächlich. Sogar gar nicht mal wenig. Wow. Indem wir einfach nur Schaden machen. Das ist komplett OP. Das ist komplett OP. Yay. Sehr schön. Ja, dann hat Plague Knight doch jetzt schon richtig, richtig mega coole Fähigkeiten, finde ich. Auf jeden Fall. 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 Ich bin übrigens noch da, keine Sorge. Ich glaube, wir müssen uns den komplett anschauen wegen einer Hildentat, wisst ihr? Okay, jetzt darf ich, jetzt wiederholt sich offenbar. Jetzt darf ich was drücken und zu ihr kommen. Ähm... Mona, was machst du denn hier? Ähm, wie lange hast du mich schon beobachtet? Und du hast meine Drehmomentaufzüge unbeaufsichtig benutzt? Ich bin nur kurz vorbeigekommen. Ich habe doch kaum was gesehen. Komm schon, na? Ich bin doch nicht irgendein Perverser oder so. Nun, dann ist jetzt mal alles raus. Ja, ich tanze hier unten. Ständig. Allein. Wahnsinn. Allein? Hihi. Das hört sich aber nicht sehr spaßig an. Ach egal. Ist ja nicht so, als würden die Leute Schlange stehen, um mitzumachen. Ich habe mich an die Einsamkeit gewöhnt. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber, ähm... Du weißt ja, zwei Linke, Füße und so. Ja, halb so wild. Egal. Specter Knight hat den Geist aufgegeben. Hihi. Vortrefflich. Ich musste beim Lichthof vorbei, um ein wenig Ektoplasma abzukratzen. Fantastisch. Dein Gesicht, du siehst so anders aus. Stimmt irgendwas nicht? Sei doch nicht albern. Ich lächle. Ach übrigens, zieh dir mal diesen Heiltrank rein, den ich für dich zusammengebaut habe. Vielleicht hilft dir der, der ja. Okay. Yay. Ah, jetzt kriegen wir standardmäßig einen mehr. Also warum sollen wir arbeiten? Okay. Jetzt haben wir standardmäßig schon fünf. Das ist ja ganz schön. Okay. Sollen wir noch einkaufen? Wird der Part wieder mal länger? Ich habe ja gesagt, ich will die Parts so zwischen 20 und 25 Minuten eigentlich lang machen. Machen wir halt mal wieder länger, was solls. So, ins Labor dürfen wir ergeben, weil wir haben ja mehr als 60. Ja. Ja, das wird reichen. Okay, dann schauen wir mal, ob meine Hypothesen so richtig waren. Yay. So, noch mehr Upgrades. Zieh dir mal dein neues Arsenal rein. Tja. Okay. Das hier ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Und das ist neu. Einiges haben wir hier. Okay. So, das kennen wir immer noch. Was ist das hier für eine? Die Orbit-Hülse. Rotiert um dich herum und durchschlägt sogar Wände. Das hört sich schön an. Das nehmen wir mal mit. Ja. Okay. Dann das hier ist neu. Löst schnell mehrere Explosionen aus. Und dafür brauche ich jetzt offenbar nur eine Bombe. Wir haben ja etwas gekauft, was man drei Bomben auf einmal braucht. Und dafür brauche ich nur eine einzige Bombe. Deswegen nehmen wir mal, was soll ich das hier dann noch? Schleudert dich in die Luft und lässt Eiszapfen herabbringen. Wir nehmen mal noch das hier. Ich will da auch mal meine Magie mal upgraden. Wir nehmen mal das hier. Ja. Und ansonsten werde ich noch meine Magie mir eben upgraden. Den Rest lassen wir mal. Würde ich sagen. Ja, passt. Okay. So. Wir nehmen dann aber mal kurz die Orbit-Hülse und testen die mal kurz aus. Ach, das ist ja interessant. Geht jetzt einfach um mich herum. Und, okay. Das ist sehr witzig. Aber ich kann immer noch dasselbe bewirken. Das nämlich, wenn ich mehrere miteinander hier zusammenbringe, dass dann so eine Explosion kommt. Ja, so ein Schutzschutz kann ich mir da aufbauen. Das ist ganz witzig. Okay. Und dann haben wir eben hier noch das Streupulver. Da brauche ich jetzt nur eine einzige Bombe dafür. Oder so. Ah ja, so nämlich, genau. Okay. Sobald dann die Bombe nämlich einen Gegner... Also die wird auch wieder Zielsuche-Funktion haben, sobald sie einen Gegner trifft. Dann wird sie explodieren. Okay. Aber das mit der Zielsuche ist gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Wo ist das nochmal? Das ist hier, ne? Ja. Mach sogar mal den anderen wieder, würde ich fast sagen. Weil die sind jetzt... Weil ich meine, ich habe jetzt diesen Schutzschild hier. Und die Bomben gehen dann danach automatisch zu mir. Aber, ja gut, so explodieren sie einfach an Ort und Stelle. Ja, ne, das ist sogar eigentlich doch das Wächterding eigentlich sogar schon besser. Also es wird wieder sehr chaotisch werden dann beim nächsten Mal. Es wird wieder alles explodieren, wie eigentlich immer. Das kennen wir ja. Aber das finde ich wirklich cool. Weil das konnte man bei Shovel Knight nämlich nicht so gut machen. Dass man da verschiedene Fähigkeiten miteinander kombiniert. Das ging zwar schon auch so irgendwie. Aber nicht derart wie hier. Weil ich kann ja andererseits bestimmen, wie die Bomben fliegen. Dann, was sie noch für Zusatzeffekte haben. Und auch, wann sie explodieren sollen. Oder wie sie explodieren sollen. Das ist halt schon echt cool gemacht, dass man da so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Denn selbst wenn es nur insgesamt 10 Upgrades oder sowas gibt, wenn man die alle irgendwie miteinander kombinieren kann, werden daraus dann plötzlich 100 verschiedene Möglichkeiten, wie man das kombinieren kann oder sowas. Und das ist dann schon echt toll, finde ich. Muss ich wirklich sagen. So. Ich möchte auf jeden Fall dann, ja, meine, ne, das ist nicht kauft. Ich möchte meine Magie insgesamt upgraden können. Ja. Sehr schön. Okay. Wie viel kostet das nächste denn dann? Ähm. 7,5. Okay. Alles war ziemlich teuer. Aber merken wir uns. Und ich habe wieder neue Sachen zum Abgeben. Ja. 1500 kriegen wir. Und haben wir hier auch neue Sachen. Bei dir. Ähm. Ja, Nummer 6 nämlich. Dr. Knight, dass hier gerne O-Long tut Light eher vergessen. Ja, kennen wir aber auch schon den Soundtrack. Deswegen nichts Neues. Okay. Gut. Und wir dürfen weiter. So. Und da oben ist ein Bonuslevel. Aber das machen wir erstmal nächstes Mal. Ich würde nämlich erstmal sagen, Leute. Das war's hier für diesen Part von Let's Play Shovel Knight hier bei Plague of Shadows. Beim nächsten Mal geht's dann eben hier weiter mit dem zweiten Hauptgebiet quasi, wenn man so will. Mit dann dem Exploratorium. Das wird interessant werden. Da steht nämlich gar kein Boss dabei. Hier steht ja eben Treasure Knight. Und hier war Mole Knight. Aber hier steht niemand dabei. Weil das ja das Level von Plague Knight selbst ist. Was muss erst hier geschehen? Bin ich schon sehr gespannt. Und dann natürlich das Dorf, den Außenposten oder wie das heißt. Können wir dann auch besuchen. Dort haben wir damals für Shovel Knight dann neue Ausrüstung bekommen. Und eventuell werden wir das auch hier. Denn wir können ja auch mit Plague Knight neue Ausrüstung irgendwie bekommen. Haben wir schon gesehen. Aber was genau, erst ich dann da kaufe kann. Neue Mäntel oder sowas. Oder neue... Ja, ich weiß nicht genau, was er da alles holen kann. Keine Ahnung. Werden wir schon noch sehen. Bin ich auf jeden Fall dann wieder einmal schon sehr gespannt drauf. Und freue mich schon dann auf die nächsten paar Level, die wir beim nächsten Mal spielen werden. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut. Also dann Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.